Guten Abend, ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisanda, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisanda gelaufen sein, also laut schriftstechnisch könnte man auch denken, Zanda, Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Ihrem Tisch führen. Oh mein Gott, das sitzt mein Chef, ich hole da an einem Tisch. Das ist unumgänglich, Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef, darf ich. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe hier ein Date. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist es. Es ist wahnsinnig schwierig für alleinstehende Mütter Karriere zu machen. Wir wollen auch rausgehen. Ja, Sie haben wie immer viel Energie. Dankeschön. Ja, hi. Ich habe eine Rechnung von dir bekommen, über 900 Euro. Richtig, ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Das ist ein Scherz, ne? Nein. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. The first thing you do is have someone else move in here. What, was she waiting in the fucking wings or something? Amber. Can I... Don't call me that. I don't get... I don't get... No, you can't talk to me like my person. I'm clearly nothing to you. I don't get...